Hey, und weiter geht es um Paper Mario und es tut mir immer noch leid, es tut mir wirklich leid wegen gestern, heute, wann auch immer, wann auch immer ihr euch das überhaupt anschaut, also falls ihr es euch in der Folge schaut, also quasi in der Playlist einfach bum 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 bum, irgendwie in 5,3 Jahren, 5,3 Jahren vor einem Jahr, so sagt man es mittlerweile, ähm, ja dann tut es mir leid, dass ihr es heute gesehen habt, wenn ihr das live mitverfolgt, dann tut es mir leid, dass ihr es gestern mitsehen wusstet. Es tut mir doch so leid, Jungs, Mädchen, Girls, ich würde alles tun, ich weiß nicht, ob ich alles machen würde, ich würde eine Menge machen, vielleicht, vielleicht, man weiß ja nie, ne, und ich sollte die Monte Maul auch noch scannen, fällt mir gerade so ein, dann mach ich das einfach mal, so, so, das ist ein Monte Maulwurf, ja, blablabla, das hatten wir eigentlich doch schon gestern, oder heute, je nachdem, wie gesagt, je nachdem, wie ihr es anschaut, wenn ihr es gestern gesehen habt, dann hatten wir das gestern, wenn ihr euch gerade quasi in Folge anschaut, wie, 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 wie sucht ihr euch eigentlich immer wieder, ich weiß es nicht weiß überhaupt jemand etwas nein niemand weiß was nein ich bin dumm na komm dann bist du zuerst getötet denn ich möchte einfach mal quasi mono anti main stream sein woher das eigentlich auch schon egal es tut mir doch so leid jungs mädel ich bin dumm ich sollte lieber auf das spiel achten nicht irgendwie auch was anderes was nebenbei läuft aber naja ist jetzt auch zu spät von daher machen wir das einfach so und 96 punkte und danach nämlich die ins kirchen ja ich weiß schon wieder ich habe gesagt dass ich die dinge sich nehmen wollte also nämlich die dinge ins kirchen verdammt ich wollte mit dem hammer schlagen wieso tust du mir sowas an und die maulwurf aber ich irgendwie bekomme ich das timing wenn das sagt das multisprung und super war nicht super war hey wenigstens schon so bumm und damit wäre auch tot denn jetzt können sogar mit beiden durch einmal springen und der wird trotzdem tot von daher passt das irgendwie aha so egal aber ich möchte mit bei ich möchte nicht beim springen ich möchte nur mit mario springen mario ist der hilf wobei eigentlich sehr hilf der mario und nicht mario man müsste eigentlich zwischen muss ja theoretisch gesehen darunter schon unterscheiden weil er ist nicht gleich mario weil immerhin den ding ins kirchen ich sehe jetzt gleich im kampf wieder vor mir ausweicher warum nicht na komm raus so funktioniert das nämlich ja ja ist ja egal wieder ein multisprung einfach weil ich möchte super super aber ich meine das war super danach von daher auf die springen nummer 231 so muss man so muss man das hat die norm entschieden welche norm ich weiß es hat eine norm entschieden ich kenne mich doch sowieso nicht ach so jetzt verstehe ich das ding auch okay ich habe ich würde dann zusatzkommando bekommt okay okay das ist sehr schön das möchte ich möchte mehr solcher sachen haben war das dreimal nur einer ich weiß doch nicht ich denke das war nur 202 und wenn es mehr waren dann naja dann halt war es nicht mehr und und jetzt naja jedenfalls sollten wir mal nicht zu kirk ich möchte nicht zu kämpfen kirk so einfach mal weiterlaufen aber mal ehrlich nehmen was ich jetzt eigentlich machen ja was soll ich eigentlich machen kann ich hier hier ist ein Brieflein dann bringen wir ihn mal wieder zu was für ihn war eigentlich man muss ja ich muss mich ich muss wirklich okay ich kann ihn nicht nachschauen muss ich einfach so nachschauen an wen ist er an gummpapa in gummaphurt könnte ich ihn eigentlich selbst überbringen geht das eigentlich oder oder muss das wirklich oder muss das wirklich para carry machen para carry fallen ja ich möchte jetzt mal hier langsam ging ins kirchen ich möchte jetzt das richtig schaffen aber schaffe ich irgendwie nicht ich habe das heim nicht mehr für sie raus das ist irgendwie so schön ich werde es wieder an mir aneignen können und wenn nicht dann naja irgendwas irgendwas wird mir da schon einfallen und ich denke mal jetzt nein zu spät das ist nicht so schön was soll ich dagegen machen bitte sagt es mir nein sagt es mir lieber nicht ich möchte schon irgendwie selbst herausfinden man muss ja nicht alles okay ich hab's jetzt wenn ich zumindest wenn ich dann ist ja auch nicht schlimm dann habe ich halt nicht aber könnt ihr mir das verzeihen ich meine könnt ihr es mit eurem gewissen vereinbart ist mit zu verzeihen wenn ja dann danke ich euch sehr wenn ich dann hey wieso nicht also naja wieso nicht war bezieht sich ja nicht so wieso nicht sage es mir doch was ist eigentlich hier gibt es aber schon was dieser busch sieht sehr verdächtig aus naja dann halt nicht der busch sieht nicht so verdächtig aus was habt ihr mit diesen hier das ist gruselig ich wollte die auf die frau springen oh man nein schlag aufladen so kopfnuss auf monty maulwurf wieder so jetzt nur noch drauf aufpassen nein das war schon mal schlecht das war gut ja da stand ja gut haha es war es gut ja ist ja so tschüss mit dir so und jetzt bumm und auch der monty maulwurf ist tot lang lebe der monty maulwurf ich hab jetzt alles nicht verstanden möchte an dieses blablabla ist tot lang lebe blablabla ja das verstehe ich möchte das habe ich nicht verstanden ich weiß nicht was es ausdrücken soll aber da ist ein sternspieler zu dem ich nicht hin kommen kann oder kann ich kann ich kann zum sternspieler okay dann halt so ich gehe da noch mal hin auch wenn die alle wieder respawn aber das soll nicht so schlimm sein okay ich denke ich habe so ein bisschen zeit bevor der kirk halt quasi aufwacht denn okay kann ich nicht da okay dann halt nicht wenn er nicht sein wenn er nicht sein möchte dann soll er nicht sein ich möchte ihn ja zu nichts zwingen so hallo rutsche ach so ne ich weiß schon ich weiß es doch wieder nein aufhören kann ich ja nicht so runter springen nein ich wollte heute nicht da kann ich nicht dann halt nicht dann rutsche ich einfach nur hier runter da ist der kummba rio kummba rio kummba rio ich hab keine ahnung einfach nur irgendwas sagen das ist immer gut denke ich mal ja doch jetzt ist es eigentlich schon gut wenn man immer wieder was sagt das ist nicht so schön wenn man einfach nur ganze still ist oder immer nur still wenn man so immer wieder lange pausen hat denn das zerstört schon ein bisschen den redefluss wenn man halt immer wieder so ein bisschen pause machen würde wie ich das gerade gemacht habe deswegen der letzte brief du hast ihn gefunden jetzt habe ich die ganze post die ich verloren habe zumindest die von heute nochmals vielen dank weil das zumindest die freunde wie oft findest du bitte eine post das ist sehr schlecht für den postboden du bist ein wahrer lebensretter ich wünschte ich könnte irgendetwas etwas etwas tun um das wieder wieder gut zu machen machen ja eigentlich kannst du es eigentlich um ehrlich ehrlich zu sein sein habe ich ich nicht auch nur nur auf dem kippen kippen werkwerk die verloren verloren ich glaube glaube dass mir mehr während des des fluges über über dem gesamten gesamten königreich welche welche abhanden bekommen kommen sind sind ja weißt weißt du bist ziemlich ziemlich gut empfinden finden von brief und liefen ich weiß ich denke ich habe ich im im wangen aber ist ja würdest du während deiner deiner reisen wohl wohl ein auge auge für mich offen halten halten als gegenleistungen als gegenleistung biete ich dir meine hilfe an hilfe an akzeptieren oh gepriesen seien die sterne sterne der gedanke all die briefe briefe alleine suchen zu müssen müssen war nicht besonders schön schön ich werde dir helfen helfen wo ich nur nur kann kann du solltest es nicht bereuen bereuen ich habe para carry was kann er drücke runter also c unten um ihn mario ein stück was um ihn mario ein stück krank also ok doch so kann mario kurze abgründe überqueren die über die er selbst nicht springen okay im kampf kann er mit luftangriff oder panzerwurm ein gegner den hosenboden strand sehen wussten boden ok jetzt aber los los ach übrigens übrigens wenn ich jemanden einen brief zustellen soll soll dann sprich einfach mit der betreffenden person person allerdings müsste mich vorher als teammitglied ausgewählt haben haben sprich ich muss an seiner seite sein sein vergisst das nicht nicht ja ja ok dann mache ich das mal soll ich jetzt schon mal später jetzt nicht mache ich später von daher laufen jetzt mal hier ein bisschen wieder entlang auch wo waren jetzt noch mal die ganze dinge hier gleich irgendwo mein wasser hier unten war das hier unten ich denke nicht oder hier war nur ein block den ich auf den ich nicht zugreifen kann so dankeschön für das schäfchen dann halt nicht es tut mir doch so leid wie so macht ihr mir das rand ein fliehen gibt ein gegner okay das ist jetzt falsch ich sehe ich hab's doch gewinnen das ist falsch war ein multisprung manchmal nicht ich bringe noch mal bei der fahrer bauern ja tschüss monty maulwurf monty maul denn nicht ich lieber gut gemacht gut gemacht das war nicht so gut gemacht ist ja egal einfach nur als springen und dann ist er auch schon fast dort eigentlich ist er schon tot denn egal ob ich jetzt schaffe oder nicht er ist tot denn ich muss einfach nur kurz vor der landung und das war zu spät ich schaffe das nicht ich werde niemals hinbekommen das aber hingegen schon so und da ist ja auch fast tot hey sowas muss doch so was immer noch immer wieder gerne und jetzt einfach nur meines zählt schon wieder nicht wie mache ich das falsch sagt es mir doch mal bitte ich weiß es doch nicht ist ja egal ich habe jetzt 125 münzen aber keine 126 117 tut mir leid und 80 wäre auch ganz schön und 126 27 28 30 nein ich will keine 139 sind auch nicht so schön weil ich zu sein mir geht am meisten 128 117 naja ist egal so kann ich dadurch dann eventuell runter war das ende ich mache ich mache vorhin die anstellung jederzeit beben worden bringt beim boden und decken gegner leichten schaden also also hat man jetzt hier in 26 gelernt oder wie da zwei bei einer ok dann nehme ich mal den multisprung bei der multisprung ist ganz nützlich nehme ich mal den zahlt zahltag nämlich mal daraus brauche ich gar nicht tm 26 und der pausch ne eigentlich ist nicht schlecht aber es ist nicht so nötig eigentlich das ist das vereinfachen müssen das grein bringen also dass sagen wir eher lieber das farming von geld aber wirklich allzu nützlich ist es nicht sonst ist hier niemand hier also musst du mich meinen es ist schon lange her seit ich von meiner heimat den blütenfängern her gekommen bin aber du bist die erste person die mit mir spricht sonst nimmt niemand notiz von mir die wenigen leute die hier vorbeikommen glauben ich würde einfach noch blühen ich liebe ein gutes gespräch hier eine kleine aufmerksamkeit von mir da musste ich gern tut mir leid dies ist ein wertvolles sammeln halte es neben und denke an mich ein zauber sammeln bitte pflege den sammeln viel liebe eines tages bist du davon profitieren die die reint sich aber irgendwie kommt kassel zu euch vor die halt gereimt hätte also ich weiß nicht ob das ob das halt so absicht war ob das die intention der übersetzer war oder ob das einfach nur so gesagt hat aber mal schauen ob ich jetzt das timing bekommen nein bekomme ich nicht hin wieso bekomme ich das timing nicht hin oder zieht der nein jetzt sieht keine einsatz das wäre ein bisschen dumm wenn er bei normalen angriffen eins abziehen würde bei normalen angriffen und bei dem guten paar sagen also beim erfolgreichen timing so klingt es eher besser eigentlich wo man noch etwas hier müssen noch was wieso jetzt auf einmal mal schauen mal schauen wie sieht hier im 26 aus ich finde ich die verteidigung hier habe ich habe endlich geschafft das timing zu kommen das für wirklich ein bisschen dem doch jetzt null abziehen müssen weil das monte der hat ja das ding hat ja null verteidigung das hat ja auch zwei abgezogen deswegen kann mir das irgendwie erklären wie gesagt es irritiert mich ein bisschen das gleiche war halt auch mit der blume ja war das gestern schon ich meine das war gestern in der gestrigen folge oder in der heutigen folge je nachdem für euch habe ich zu ziel doch mal erklärt eigentlich war es 8 mal eigentlich wird sich manchmal mehr so nicht viermal vielleicht was ist gerade mal das vierte mal nein nein ich möchte gegen dich kämpft jetzt nicht hier war doch bestimmt noch irgendwo was für dich ne cara carry ja hier hier ist nämlich ein stetschen da gewesen aha für stetschen habe ich gerade ich weiß es doch nicht erst mal die münzen sammeln und dann den sternen schlitter hey das hier steht nicht hier deswegen gucken wir mal nach wir haben jetzt um die 16 würde ich sagen zehn erfassen nein 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 komm nein oh du bist scherber kirk ist verdammt schnell ja und das war das schlechteste timing das ich je gesehen habe naja ich gebe keine zwei aus nur weil ich damit dann ihn töten kann aber es wird nicht wirklich können wir das erklären geht das eigentlich das würde ich gerne aus über das ist kein fliegender gegner da steht ja da haben einen fliegenden gegner aber kann ich auch so machen ja okay ich mache es mal nach links drücke nach links und lasse los wenn okay ja okay aber das ist cool das gefällt mir ich werde ich glaube ich denke ich glaube ich werde gleich mein mein glaubenshaus glaubenshaus meiner religiösen angültigkeit gehen um zu glauben nur damit ich dann sagen kann ich mag para carry ich habe zwar jetzt nicht so viel üblich bezüglich parakupas aber das ist ein cooler parakupas muss ich ehrlich sagen nein 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 au 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 na aber hier lohnt sich ja schon wiederum doch der rtb weil das damit verkürze ich halt Dingskirchen ähm na verkürze ich ja schon die rundenzahl auf 1 und zahlt trotzdem die gleichen bp das war's wöchern das wörtchen das war das wörtchen das gesucht haben wollte ich eigentlich sagen aber eigentlich zählt das ein wort eigentlich nicht nein danke das ist super schön oder super geil je nachdem wie man es möchte so damit hätte ich jetzt meine bp wieder aufgefüllt denn das wollte ich auch mal gemacht haben so ich gibts hier noch ein Monty Mole du gehst mir fast zumindest naja hier kann ich ja wieder machen dann sind die wieder tot hurray ich mag übrigens auch wie dann Mario zittert also mit dem Hammer so dass er sich wirklich anspannen muss denn wenn ihr schon mal Muskelarbeit gemacht habt also jetzt im Sinne von ihr musstet Möbel schleppen oder sowas dann ja wenn man halt die wenn man zu viel Kraft also wenn man zu viel Kraft verbraucht hat dann zittern die arme ja mittlerweile immer mehr keine sei dass sie solche Typen seit Typen die halt noch nie irgendwelche Arbeiten verrichten mussten von daher wollte ich es nur erklärt haben also nicht das ist nicht sofort dass sie halt zittern aber dann da muss man schon halt so sagen wir mal wenn ihr wirklich ganze Zeit so um die sechs Stunden zehn Kilo mehr hochheben müsstet dann halt die arme keine Kraft mehr lange haben dann zittern die halt so ein bisschen ich erzähle ich das eigentlich ihr würdet ja sowieso wissen eigentlich oder nicht ich meine ich denke nicht dass ihr alle so zwei vier fünf Jahre alt seid zwei vier fünf Jahre alt seid das ist übrigens auch eine neue Norm der Zählung deswegen ich muss ja euch immer was beibringen muss ja sein man soll ja nicht sagen und im Westplay lernt man nie was man das soll ja nicht nur eine Ablenkung und Erhaltung sein sondern man soll auch was lernen können von daher werde ich angegriffen ja 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 das ist auch nicht so schlimm ja das ist nicht so schön weil ich tut mir leid so und noch mal einen Erdbeben ich mag Erdbeben ehrlich weiß nicht aber ich mag die Attacke die ist cool ich mag die Attacke Area Effect Area Effect so hieß das so und mal schauen okay ich denke ich habe jetzt lange mein Timing raus und das ist schön ja 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 aber ja ich bin genau so ein Freund davon auch wenn die nicht oft schwach sind aber das muss schwächer als ihre Single Target Varianten weil ist logisch man muss sich ja quasi auf dem Bereich des Spektrum halt konzentrieren deswegen kann das ja schwächer werden dadurch haha ich mag das ich mag ich mag ich muss ehrlich sagen ich mag das Game controller sehr der ist cool der Herr liegt auch gut dann hat er mich sein aber mein Ding ist weiter in der SNS aber wahrscheinlich mehr Nostalgie aber ist ja egal deswegen aber der Super Nintendo Super Famicom ist auch sowieso mein Team Konsolen von daher ist es schon nicht so schlimm würde ich sagen oder wenn ihr es anders empfindet dann ist es euer Pech aber naja oh du siehst mir nach nem Boss aus du siehst mir sehr nach nem Boss aus eigentlich du bist hey du doch sehr langsam burschi nicht so schnell ihr habt ihr doch schon mal was ihr habt ihr habt die doch schon schon am Morgen gesehen ich denke das soll ein sechser Akzent sein und ich kann keine ich kann gar kein Akzent da ich nachahme du hast das richtig ich ich du 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 ich wusste das nicht im bettens jahr richtig umschlag mario jetzt kriegst du tatschen tatschen wie gesagt ich denke also sächsisch sein sächsisch oder bayerisch das kann ich mir nach bayerisch nicht mehr dass du dich überlebe ich mache gleich ich mache das gleiche mit dem gegen da stand jemand rammt einen fliegenden gegner und es ist ein fliegender gegner zumindest denke ich mal das ist ein wusser könnte man auch sagen und ich bin doof was ich kurz auf was hast du angetan wie kannst du so wagen ich sehe jetzt schon wieder kommt dass die folge wieder überlage wird überlangen okay ich bin schlecht ich habe mich nicht mehr schön das war eine menge schaden erfrischung ja 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 die folge wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger oder ich werde kurz vor dem boss kurz nach dem der boss die vertreten müssen ein von beiden auf jeden fall ich werde nicht sagen dass die ding ins kirchen weiß ich nicht das ist ein busser oder busser entwacht in klippenberg wow ganz schön groß der vogel maximal kp 40 angriffskraft 3 verteidigung 0 wenn du in seine scharfen klauen gefangen bist verlierst du 5 ja ich kann nicht zählen 4 kp manche versuche dich aus seinem griff zu befreien seine speziale ist es reißenden wind zu erzeugen sie hat einen triff trifft auch deinen freund aber er hat doch eier ausgebildet nicht wahr ob er in welcher eine see ist wer weiß wieso männer können auch blüten ist also ist nur diese häufig haha soll ich eigentlich wieder fokus oder soll ich erstmal wieder wechseln zu para carry ich mag nicht ich mag nicht du typ nur typen ich finde es sehr schön dass seine animation gerade still steht es ist immer so gewesen jetzt wieder aufgefallen ich sollte doch fokussieren weil denn wenn er mich noch mal angreift dann kann ich ja ja okay das ist nicht wahrscheinlich immer so gewesen ja komm ne ich bin schlecht ich bin schlecht im maschen habe ich auch schon sehen wie 10.000 mal gesagt und ich werde schwer wenn ich nicht kommen ich habe keinen pilz ne ne ja ich bin tot ja ich bin ich bin ich bin schon wieder tot war gleich auf den tisch maschen deswegen werde ich ja ein bisschen was hören wenn ich überhaupt maschen muss wenn ich dann nicht halte ich muss links zu und genau ähm nein ich habe doch gut das hat aber eine menge nein ich bin schon wieder tot wow ich bin ich ich muss wirklich sagen ich bin verdammt gut ne ich bin ganz gut in diesem spiel ich bin schon jetzt ist schon mal ein dritter tot aber okay das sind jetzt vielleicht 17 folgen mittlerweile aber trotzdem ich bin man kommt das darf doch nicht immer wieder sein und ich muss eine menge jetzt machen weil ich nicht gespeichert habe ja wie viel na na ich hab hab ich power carry schon nein nein ich möchte nicht mit dir reden danke nein ich hab power carry nicht ich mach das alles ich mach das alles ich mach das alles ich mach das alles auf screen ne ich möchte das nicht ne ne mach ich nicht auf screen ich mach jetzt so viel wie möglich ich und ich hab paar carry und dann werde ich voll gewenden ich bin so doof ne es tut mir leid ich bin wirklich dumm ähm wo weiß noch mal der letzte brief hab ich wohl schon den zweiten brief ich weiß es nicht ich weiß es schon nicht mehr aber diese folge wird sehr viel länger tut mir leid aber ne ich möchte das doch nicht auf screen machen ich hol mir noch einen stern splitter so ich komm dann nicht mehr hoch das ist doof oh man das ist so doof wirklich ne ich möchte jetzt auch nicht kämpfen lass mich in Ruhe äh naja okay du darfst wenigstens hier scannen damit der auch noch gescannen ist so hm 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 du darf dich tut mir leid hm hm äh die müssen wir so richtig sind egal oh man oh man ich mich in der folge möchte es ja nicht mal speichern weil wenn er was schief läuft dann muss ich sowieso von der Mann hissegen äh egal ich werde wahrscheinlich doch jetzt auch hinten die folgen speichern auch wenn mir das nicht so gut gefällt lasst mich in ruhe kirk bitte habe ich hier schon die truhe genommen habe ich okay und ich werde ich habe die schon um man ist eingelaufen sowas von leicht gehabt hier gibt es nicht mal was ich habe nicht mal getroffen auch wenn es länger dauert hier war der brief stimmt gewesen habe ich schon dann heißt es irgendwo hin zu gehen ich weiß es schon nicht mehr war noch bei der dritte brief jetzt man ist sowas von leid dass ich jetzt noch mal anschauen müssen weil ihr könnt ihr eigentlich abgeschaltet haben also im sinne dürfte im sinne von ich mache jetzt nichts neues also ich werde nur den power carrier holen und ja dann speichern deswegen dürft ihr ruhig auch die folge wenden wenn ihr das getan habt dann wünsche ich euch trotzdem einen traur und danke fürs zuschauen das ist so ein bisschen mehr das ist wirklich so ein bisschen mehr aber naja dummheit muss ja auch bestraft werden man darf ja nicht immer das ganze leben dumm sein und damit auch durchkommen dass es wäre ein bisschen unfair von daher wobei komm ich kämpfe doch jetzt ich hab die leute sind schon weg die die nicht mehr schauen wollen also kann ich mich noch mehr zeit vergeuden von daher passt es irgendwie schon auch wenn eigentlich nicht so will ich aber ist ja egal aus dem bräuch ja wieder mein level ab dass ich jetzt ja nicht mehr habe ich habe ja nicht mehr den ding ins kirchen und tschüss ich hätte eigentlich nur mal treffen sollen nicht mehr mit dem ding ins kirchen aber egal ich hätte jetzt auch nicht extra jagen damit sich gegen die kämpfe kann wenn sie kommen dann kommen sie wenn nicht dann nicht so schön so so mache ich das ungefähr noch zwei kämpfe noch ein kampf danach und dann habe ich mein der blatt wunderbar das tut mir wirklich leid und auch wenn ich mich jetzt ganz entschuldige es tut mir wirklich leid dafür also es tut mir nicht leid dass ich mich ganz entschuldige sondern es tut mir leid dass ihr das die sich anschauen noch mal anschauen müssen nicht müssen halt aber ihr wisst was ich damit sagen möchte dass ihr euch trotzdem noch mal anschaut tut es mir leid naja kann man es auch nicht mehr ändern von daher monty maul kommt dann gibt sie kein monoton mehr ok kann ich mir auch mit leben kompare carry ach so ne ich wollte ich denke dann in nächstes folge werde ich dann auch erstmal die briefe abgeben bevor ich dann hier weitermache ja blablablab so kommt ja ich akzeptiere so power carry gehört nur zum team super schön super geil super sexy hier war doch auch ein speicherpunkt ne hier gleich unten ja das ist der wahnhof sofort von daher passt es schon dann gehe ich in der nächsten folge auch zurück und werde dann überall dingenskirchen na die briefe abgeben ja deswegen bin ich jetzt mal hier die folge langsam zwei minuten über überstropaziert tut mir leid kurz gerne muss ja auch sein ja das war per mario für heute ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe ihr Spaß auch wenn ich jetzt ein paar sachen wiederholen musste wiederholen ja und ich wünsche noch einen traumhaften tag tschüss 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 tschüss